Heute eine kleine Schaltung, die ein Messgerät ersetzen kann, wenn es nur darum geht zu überwachen, ob eine bestimmte Mindestspannung anliegt. Die Anzeige erfolgt mit einer einfachen LED. Die Schaltung besteht im Grunde genommen aus einer Konstantstromquelle, bestehend aus dem Transistor, der Z-Diode, den beiden Dioden an der Basis des Transistors und den Widerständen R1 und R2. R3 lässt schon einen gewissen Ruhestrom durch die Z-Diode fließen. Dadurch wird der Stromanstieg beim Einschalten etwas steiler. Die Schwellspannung ergibt sich aus der Durchbruchspannung der Z-Diode, der Sättigungsspannung am Transistor und den Flussspannungen der beiden Basis-Dioden und der LED. Wenn die Spannung zu niedrig ist, leuchtet die LED nicht und beim Überschreiten einer bestimmten Spannung beginnt sie zu leuchten und der Strom durch die LED wird auch bei steigender Spannung nicht viel größer aufgrund der Konstantstromquelle. Mit den verwendeten Bauelementen liegt die Schaltschwelle etwa bei 8,5 Volt, also lassen sich hier Betriebsspannungen ab 9 Volt ganz gut überwachen. Die Maximalspannung ist abhängig von den Grenzwerten der Bauelemente, insbesondere der maximal zulässigen Kollektorspannung am Transistor. Anstelle der Z-Diode kann man auch eine in Sperr-Richtung geschaltete Basis-Emmeter-Diode eines Siliziumtransistors nehmen. Die Durchbruchspannung liegt etwa im Bereich von 6 bis 9 Volt. Viel Spaß beim Experimentieren und freut Euch auf das nächste Video. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017